Wird dir bei dir schlecht? Hast du sowas? Ich mag vor so einem Kaufhaus stehen ja manchmal so, wo man so eine Fremde, ne, wa? Alle dürfen, sollen dir einen Helm aufsetzen, ne, wa? Nein. Hältst dich aber schön fest, versprichst du mir nicht? Also, Achim, dreh gleich richtig durch. Viel Spaß mit Achim, ich sage, schönen Tag mit deinem Ding. Mach auf!